das sieht aus wie eine shotgun aber so nahkampfsachen ja ne ok und schrauben schlüssel dingen haben wir auch okay dann bleiben wir erstmal bei der motion ja ich bin schon da das machen wir okay gut die stelle haben wir jetzt auch schon mal geschafft so sehr schön entschuldigung okay wie fühlen euch weiter hier geht's wieder hoch gehen wir mal hier lang ich höre leute die schleichen uns natürlich von hinten an zwei granaten da ist einer scheiße so ein wachtturm posten okay zwei stück direkt da oben sitzt da steht einer da scheiße 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 okay da hat uns keinen sehen aber da ist ein schweres geschützt auf jeden fall okay bei einem schweren geschützt müssen wir jetzt aufpassen nein du hast doch nichts gesehen kacke sollten erst zuerst dahin hallo das war glück fragt sich nur wie lange unser glück noch hält okay unter uns sind welche die haben anscheinend was gehört das kann echt haarig werden hier scheiße kacke kacke ok den haben wir da hinten werfen eine granate und ich hoffe die trifft nein ok das war echt ein bisschen bisschen haariger als gedacht ich weiß gar nicht wie wir da voran rangehen sollen vielleicht war da über rechts vielleicht doch nicht so gut versuchen wir es mal links rum oder frontal eher manchmal ist der geradeste weg der weg den die meisten nicht nicht mit rechnen von daher versuchen wir es mal vielleicht kommen wir links rum ja geht auch schauen wir mal vielleicht klappt das ja besser wir brauchen erstmal einen überblick der lage weil das scheint ein bisschen größer zu sein mit dem turm auch und so weiter kacke wir müssen doch nur aus diesem wald hier heraus wir laufen weiter vielleicht können wir von hinten auf aufmischen wir sind wie ein geist wie ein waldgeist ja das passt sogar hallo und tschüss so weit so gut alter hier steht so viel rum wir machen das am besten ok da oben ist einer scheiße laufen auch zwei ja und nicht zu vergessen ist da oben auch noch einer wie zur hölle sollen wir ihn hier durch ja ok bin schon still kommen wir einfach so durch jetzt ja so sieht er uns nicht jedenfalls wenn dann zu spät das war knapp ok das war extrem knapp leute du siehst sonst nicht wir sind super gut versteckt hier an dem bau ok der läuft daher ok er sieht uns nicht ja für dich auf jeden fall okay hier höre ich auch jemand da 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 war einer trägt an dem schweren geschütz lassen nun kommen scheiße gut die ganzen gräben und alles an boah das wird ein massaker hier geben okay soweit so gut war bis jetzt schon nicht schlecht ein paar konnten wir schon ausschalten ist da einer scheiße ich glaube ja oder da in der mitte sieht mir stark danach aus wir gehen mal hier hoch ja okay ich bin schon still vielleicht kommen von hier aus irgendwie noch ein bisschen da läuft einer ich hoffe das bekommt keiner mit ja den kriegen wir okay und das war's so Shit, warum jetzt nachladen? Okay, so weit so gut. Blackbath ist auch noch vollgeheilt. Hier werfen wir eine Granat hin. Shit, 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 shit. Okay, das jetzt sieht gut aus. Ich hoffe, wir werden nun nicht wieder überrannt. Ihr könnt den Krieg nicht gewinnen. Okay, neue Waffe. Und das scheint es schon gewesen zu sein. Okay, dann kamen vorhin nur mehr auf einmal. Oh, oder wir haben einfach nur tierisches Glück jetzt gehabt. Die ist sehr gut, muss ich sagen. Fahr, Blackbath. Los, fahr. War hier oben nicht noch? Ja. Eine Waffenkiste. Toll, ein Schraubenschlüssel. Sehr schön, haben wir das schon mal geschafft. Auf zur nächsten. Oder war es das? Ich hoffe, es war es. Die Blackbath hat schon... Nicht Trübelheit, Wörz. Gleich sind wir raus aus dem Wald. Gleich. Gleich ist nicht jetzt. Laut Karte müssen wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürftest du es nicht mehr weiter. Dolce, auf der Goldberg. Zeigen wir es ihnen. Scheiß. Okay, wir laufen hinter der Blackbath her. Als Sturmtrupp. Los, kreist ihr aus! Der Sturmtrupp ist ein! Okay, wir müssen die Blackbath reparieren. Puh, okay. Das war gut. Okay, sehr schön. Weiter geht's. Boah, aber der Wald sieht echt cool aus. Ja! Licht am Ende. Kann ich nicht wieder einsteigen? Vorbereitet. Wir ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. Yes, Sir! Das konnten wir gerade auch schon sehr gut. Können wir dann irgendwie außen rum? Alter! Sieht schon sehr cool aus. Da, da oben geht's ja. Scheiße, Panzer! Wir haben nur noch eine Granate, dass wir dem Panzer nicht viel jucken. Da oben läuft jemand her. Hier sieht's ruhig aus. Zu ruhig. Okay, wir laden mal schnell nach. Da oben sind auch Vorposten. Oh man. Aber okay. Das könnten wir doch... Na klar, das kriegen wir hin. Ich falle euch in den Rücken. Das wird euch nicht entzücken. Ich muss pissen. Geh doch. Was steht hier so? Okay, ein Feldhandbuch haben wir gefunden. Trophäe bekommen. Leseratte. Okay, ihn da. Genau, konzentriere dich doch auf deinen Posten. Okay, da ist noch einer. Ich hoffe, er hat uns jetzt... Nee, er sieht uns noch nicht. Alter, wir laufen... 50 Meter an ihm vorbei und er guckt direkt hin, aber... Nee, der sieht uns nicht. Wir sind zu weit. Nee, nee, nee. Okay, ein Schienennetz. Das gefällt mir nicht. Also bei uns schon, aber nicht bei den Gegnern. Okay, da hinten ist einer. Der sieht uns sonst. Scheiße, wie machen wir das denn? Wir könnten den Panzer benutzen. Den benutzen wir einfach gleich. Okay, sein Kollege ist zwar ungenietet worden, aber er sieht nur so ein bisschen. Was ein Idiot dreht, dass ich unten so... Hä? Okay, da ist was. Aber egal, komm, ich drehe mich noch mal rum. Bevor wir das machen, gucken wir mal noch schnell in die Kiste. Dynamit! Auch nicht schlecht. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Alter! Okay, durch den Stolperdraht können wir einfach so durchlaufen. Ach da, ich wollte schon sagen, hier war doch nur einer. Hallo! Tschüss! Tja, das war's doch eigentlich, oder? Da unten läuft noch jemand her. Tja, Junge, du bist der Letzte, anscheinend. Naja, du wirst auch nicht mehr reden. Deine Angst, Pipi. Okay, hier scheint noch jemand zu sein. Zwei Leute noch. Ich muss was trinken. Der kriegt auch nichts mit. Du brauchst nichts mehr trinken, du kriegst keinen Durst mehr. Okay, sieht auch schon mal sehr gut aus, oder? Der Magen will gleich gar nichts mehr sagen. Tja, das war wieder knapp. Aber gut. Okay, einen haben wir hier noch. Wahrscheinlich im Bunker, ne? Okay, vorsichtig. Kommen wir von hier aus auch rein. Okay, müssen wir von vorne. Aber egal, den kriegen wir auch noch. Liegt auch ganz gut, ne? Ich dachte, da kommt jetzt mehr, aber das Feld ist so groß. Da kommt sicherlich noch mehr Action. Da kommt sicherlich noch mehr. Also nach allem offen, was nützlich sein könnte. Da kommt Verstärkung! Okay. Augen aufhalten nach allem, was nützlich sein könnte. Tankgewehr. Ach so, das ist ein Scharfschützengewehr, ne? Oder auch nicht. Ne, komm, dann nehmen wir die andere wieder. Schönen Karabinergewehr. Mit Zoom. Komm, das Tankgewehr nehmen wir auch mit. Ich hab gelesen gerade, dass Panzer abwehrend ist. Oh, kacke. Scheiße, wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein. Okay, wir sind wieder geheilt. Eine Granat haben wir noch. Hallo? Hallo? Komm, komm. Wir müssen auf die Blackbass aufpassen, dass die nicht drauf geht. Okay, wir müssen wieder rein. Shit. Haben wir hier nichts anderes? Was ist denn hier drin? Was ist das? Die Blackbass ist fast tot. K.O. Wie auch immer. Okay, ich renne hin. Ich renne hin. Scheiße. Wir hatten den Schraubenschlüssel nicht mehr. Scheiße, den haben wir irgendwo eingetauscht gehabt. Oh Mann, das lief so gut. Okay, wir brauchen ein neues. Okay, jetzt wissen wir ja so in etwa, wo die sind. Und wir brauchen gleich viel Sprengkraft. Oder wir nehmen uns den Panzer einfach selber. Dann lass die am Anfang gleich da direkt einsteigen. Und wir brauchen uns den Panzer einfach. Und wir brauchen den Schraubenschlüssel. Und wir brauchen den Schraubenschlüssel. Haben die uns gesehen? Können die doch nicht nur, weil sie gelaufen sind, oder? Okay. Scheiße doch. Untertitelung. BR 2018 Scheiße, und der Panzer rollt an. Okay, können wir die nicht hier benutzen? Gegen den Panzer. Ja, sicher. Und nachladen. Das war ein direkter Treffer. Okay, nochmal. Okay, ich glaube, das war's. Okay, was ist das hier? Keine Ahnung. Hier war die große, ne? Tankgewehr. Tankgewehr, glaube ich. Panzerbüchse. Boah, und die müssen in Deckung gehen. Du stirbst hier. Okay, das sah echt ein bisschen schlecht aus. Okay, und schnell hier wieder dran. Oder auch nicht. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Nehmen wir das Gewehr. Kommen noch mehr. Die BlackBad sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber ich fange mal hin. Nein, die sieht gar nicht gut aus. Scheiße, die sieht überhaupt nicht gut aus. Oh Mann, warum haben wir denn schon wieder unseren Dings? Wir müssen auf jeden Fall drauf achten. Das lief echt gut diesmal. Wir müssen echt drauf achten, dass wir den Schraubenschlüssel behalten. Sonst können wir die Betsy da ja gar nicht mehr reparieren. Shit. Oder haben wir den so schon nicht mehr? Wir haben den so schon nicht mehr. Okay, noch sieht's gut aus. Wir müssen Schraubenschlüssel finden, sonst... Okay. Ist hier vorne einer drin? Panzerabwehrgranate. Okay, wir müssen erstmal wieder rein. Scheiße, wir haben... Wieso haben wir diesen Scheiß-Schraubenschlüssel nicht mehr? Okay. Gibt's den sonst noch irgendwo? Komm schon. Ich schaff die Blackbethers nie. Okay, schnell nachladen. Oh Mann, wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Mann, wie finden wir den denn? Ja, wie denn? Okay, kehre die zur Blackbeth zurück. Haben wir es jetzt schon geschafft? Ich bin schon auf dem Weg. So, genug Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. In das Ding? Ich steig da nicht ein. Hallo? Fliegt uns gleich um die Ohren. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, Edwards. Gute Arbeit. Danke. Und wir... ...brennen den Sonnenaufgang entgegen. Ich wäre da nicht eingestiegen. Ich wäre da nicht eingestiegen. Nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Wasch etwas. Wasch! Sir, sie braucht 19 Kratzen. Hey. Schau mal, wie weit sie es ist darunter weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja, ja, ich seh's. Und unsere Panzer? Siehst du, da unten irgendwelche Panzer von uns? Erdwurz? Ja, aber es sind nicht mehr unsere. Was immer, Wes braucht es, scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na, schau, schau. Gehen wir, Wurz. Gehen wir. Viel Glück. Komm hier rüber. Der Panzer fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie? Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Dann greifst du's nicht, denn Spritchen, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir, ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Hm. Okay. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. In dieser Reihenfolge. Okay, eine Vorgehensweise überlegen. Ja, ich glaub, mit Acht und Krach sollten wir da nicht rein, wenn da besetzte feindliche Panzer sind. Ich geh mal die Mühle hoch, vielleicht haben wir hier noch was. Okay, Waffenkiste. Was haben wir denn hier Schönes? Yes. Mit Schalldämpfer. Okay. Oh yeah. Benutze das Zweibein, um deine Zielgenäureigkeit zu erhöhen. Sehr schön, haben wir ein Scharfschützengewehr. Das finde ich super. Damit können wir doch bestimmt etwas anrichten. Okay. Mit R1 können wir ein Fernglas benutzen. Ah, okay, das müssen wir gedrückt halten. Okay, hier haben wir zwei. Ausgeschlachteter Motor. Okay, vielleicht haben wir da irgendwo Zündkerzen in der Nähe. Nur die beiden? Das kann's nicht sein, oder? Was ist denn da hinten noch? Okay. Okay.